Musik Die Reichweite wird sofort korrigiert Die Reichweite ist auf dem Weg Sie sind schon sehr nah Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen Dieser miese Bastard Mit dem habe ich noch eine Rechte hoffen Meine Herren, Toss' Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen Herr Schwein Wie viele Männer? Wissen wir nicht Aber gewiss viele Und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann sind wir erledigt Wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte Verschlagene Schleim Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus Aber dieses Mal nicht Was hast du vor? Robert Was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr Wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen Stark Wie aus Eimer Hier Hier stellen wir uns auf Ich und Ratzis Männer Ihr wartet, bis sie uns angreifen Und fallt ihn dann in den Rücken Hier Und hier Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Teilenberg irgendetwas merkt Das könnte funktionieren Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen Mir genügen auch wenige Männer Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Ihr wisst nicht einmal, wie viele es sind Wir werden Durchhalten Ich gebe meinen Männern die Befehle Wir werden bereits